Guten Tag ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal nur ganz kurz darüber informieren, dass ich soeben die Bewerbungen beantwortet habe und ich euch hiermit auch bitten möchte, mal euer E-Mail-Postfach zu überprüfen, weil ich das nämlich an euch per E-Mail geschickt habe. Ihr werdet darin informiert werden, wann ihr denn zu einem Bewerbungsgespräch auf den Teamspeak kommen sollt und ich würde euch auch bitten, das einzuhalten, was da drin steht in der E-Mail, weil es sonst dazu führen kann, dass ihr abgelehnt werdet, bzw. ausgeschlossen werdet aus dieser Bewerbungsphase und ich glaube, das wäre ziemlich schade. Und ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß euch und viel Glück beim Bewerbungsgespräch an euch alle und ciao!